Hallihallo, ich bin's Charlotte, eine Flötenspielerin. Möchtest du auch gerne die Nationalhymne spielen, so wie viele meiner Schüler im Moment, dann bist du hier genau richtig. Wir spielen heute die deutsche Nationalhymne. Die Noten laufen im Video mit. Ich wünsche dir viel Spaß damit und los geht's. Eins, zwei, drei, vier. Die Noten laufen im Video mit. Die Noten laufen im Video mit. Die Noten laufen im Video mit. Das hast du super gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Ich hoffe, du hast was Neues gelernt. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Falls du weitere Wünsche für Videos auf meinem Kanal hast, dann schreib mir in die Kommentare. Du kannst meinen Kanal gerne kostenfrei abonnieren, dann verpasst du kein Video mehr. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.